. Sag mal, Moritz, bei all den Sachen, die du hier auf dem Hof zu tun hast, gibt es da irgendwas, was deine absolute Lieblingsaufgabe ist? Ja, zum Beispiel das Wasserwagenfahren. Das macht mir total viel Spaß. Wasserwagenfahren? Das kenne ich nicht. Erzähl mal. Genau, das heißt, die Rinder müssen grundversorgt werden. Also die möchten natürlich auch, wie wir Menschen, was trinken. Und ja, da muss ich eben den Wasserwagen zu den unterschiedlichen Wiesen fahren. Genau. Nun gucke ich mich hier einmal um und sehe mich von Rindviechern umgeben. Das heißt, die brauchen es natürlich nicht, aber die anderen Rinder von euch stehen alle draußen, ne? Die nicht, ne. Also es ist grundsätzlich so, dass unsere Rinder fast das ganze Jahr draußen stehen. Nur im Winter müssen einige der Rinder eben eingestellt werden, weil die Wiesen zu nass werden. Ja, genau. Und die, die draußen sind, kriegen dann den Wasserwagen. Okay. Wie funktioniert das so? Wie geht das Wasserwagenfahren? Naja, wir holen den leeren Wagen ab. Wenn er dann leer geworden ist, dann füllen wir den auf. Ja, mit Hofwasser. Genau, wie mir ein Brunnen. Und ja, dann fahren wir eben den Wasserwagen wieder zur Wiese. Und dann freuen die Rinder sich. Und das finde ich immer einen total schönen Moment. Wenn ich auf die Wiese rauffahre, dann hängen schon die ersten, ja, am Wassertrog hinten am Wasserwagen dran. Was macht es denn zu deiner Lieblingsaufgabe? Naja, ich finde, Rinder sind halt total genügsame, ruhige Tiere, die wirklich diese Ruhe übertragen. Und ja, wenn sie grasen können, wenn sie was trinken können, dann sind sie einfach zufrieden. Und wenn du dann mit dem Wagen da bist, gibt es da auch noch, gibt es da manchmal besondere Sachen, die passieren? Also besonders interessante Dinge, die du beobachten kannst? Ja, finde ich schon. Also man kann halt wahrnehmen, dass sie wirklich eine Rangordnung haben. Und ja, es gibt eben auch Leittiere und ja, die haben schon das Sagen. Und ja. Heißt das dann, die dürfen zuerst saufen gehen? Könnte sein. Könnte sein, okay. Oder sind sehr durchsetzungsstark, genau. Ja, da ist ja auch ein bisschen Masse hinter. Die können dann ja auch sich gegenseitig gut zur Seite drängeln. Ja. Super. Du machst mich ein bisschen neugierig. Ich glaube, ich würde gerne noch mal ein bisschen gucken gehen. Kann ich das machen? Das können wir gerne machen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, auf hier. Ja, auf geht's. Dann schnuppert ihr ja in alle Bereiche des Hofes rein. Bleibt da irgendwas übrig, wo du sagst, das ist meine absolute Lieblingsarbeit? Gibt's sowas? Ja, also wir sind eigentlich gerne mit den Kühen hier im Stall. Das ist auch eigentlich unsere Hauptarbeit hier. Und ja, wir haben hier eine recht kleine Herdengröße, so um die 50 melkende Kühe. Und dann irgendwann hat man auch einen persönlichen Bezug zu den Tieren und erkennt die wieder. Und ja, das macht dann schon Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Und auch zu sehen, irgendwann fangen die an zu kalben. Und wir ziehen die Kälber ja auch sozusagen groß dann mit. Lernen die an den Nuckeleimer an, dass sie alleine trinken können. Und machen eine Gesundheitskontrolle jeden Tag, ob der Nabel gut verheilt ist. Und ja, irgendwann sind die Kühe dann ja auch wieder hier im Stall als melkende Kühe. Du bist auch gerne bei den Kälbern oder hast du eine andere Lieblingssache? Ne, auch gerne bei den Kälbern. Einfach weil man sieht, wie die kleinen Tiere groß werden und man das Ganze miterlebt, bis sie dann schlussendlich im Stall sind. Und man einfach auch sieht, dass die Arbeit, die man da reingesteckt hat, Früchte trägt. Ich habe euch ja schon ein bisschen arbeiten sehen und ich habe gesehen, dass ihr ganz schöne Muckis in den Oberarmen habt. Aber jetzt mal im Ernst, diese Dinger hier, diese riesen Strohballen, die bewegt ihr doch nicht mit euren Armen, oder? Ne, das kriegen wir nicht hin. Aber dafür haben wir den Hoftrack, der uns da die Arbeit abnimmt und der auch bei uns universell eingesetzt wird. Sei es zum Futterrand schieben, beim Misten von den Strohstellen oder auch eben sonstige Arbeiten. Und er ist schon ganz hilfreich dafür. Ohne den wäre das nicht so leicht. Wer hat denn dann eigentlich Hoftrack getauft? Ich meine, der ist ja eigentlich klein und niedlich. Der Track klingt noch groß. Das kam irgendwann so. Das haben wir mit übernommen. Der heißt einfach so. Sehr schön. Was wollte ich euch noch fragen? Achso, die Kühe liegen bei euch. Das ist euer Aufgabenbereich. Und ansonsten, wenn was anfällt, dann besprecht ihr das oder sucht sich jeder das raus, was er am liebsten macht? Wie funktioniert das? Ne, eigentlich wird morgens immer alles besprochen, wer was zu tun hat, wer was macht. Und wir sind, wie gesagt, hauptsächlich hier bei den Kühen. Aber wenn anderweitig auch noch Arbeit anfällt, sind wir da auch mit eingebunden. Und auch auf dem Acker haben wir auch hin und wieder was zu tun. Und so können wir auch überall mit rein stuppern, sag ich mal. Also man kriegt alles mit. Ja, sehr schön. Wisst ihr was? Was mitkriegen ist eine gute Sache. Ich schwinge mich auf mein Fahrrad. Ich muss auch noch ein bisschen was mitkriegen. Ich fahr nochmal los. Tschüss, vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So Marie, weißt du was? Ich glaube ja, dass du diesen Hof wirklich wie deine eigene Westentasche kennst. Du bist hier aufgewachsen, oder? Ich bin hier auf dem Hof aufgewachsen und bis auf ein paar Jahre, die ich woanders gelebt habe, genau, bin ich auch tatsächlich immer hier gewesen. So, dann hattest du genug Zeit, deinen Lieblingsort zu finden und ich bin neugierig. Wo ist der denn? Da gibt es eine ganze Menge an schönen Orten hier auf dem Hof. Ob auf der Apfelbaumwiese, im Alten Obstgarten oder auch bei den Hühnern auf der Hühnerwiese oder bei uns im Garten, im Tomatentunnel. Also du merkst, es gibt eine ganze Menge. Aber der Lieblingsort? Ja, aber der allerliebste Ort, wenn ich darüber nachdenke, das ist auf dem Feld. Auf dem Feld? Da mag ich es richtig gerne. Also nicht hier auf dem Hof, sondern auf unseren Feldern. Okay, und was ist das Besondere auf dem Feld? Das Besondere für mich auf den Feldern ist der Boden, die Erde. Der Mutterboden, wie man ihn auch nennt. Und der finde ich ist einfach besonders schön, weil darum dreht sich unser ganzer Hof, um diese Erde. Und das heißt, es geht darum, die Erde fruchtbar zu halten. Und das finde ich ist sehr sinnstiftend. Wie macht ihr das denn, den Boden fruchtbar halten? Das machen wir, indem wir verschiedene Zwischenfrüchte anbauen, zwischen den eigentlichen Früchten, wie zum Beispiel Kartoffeln. Oder auch die Getreidearten, Backgetreide oder auch Futtergetreide für unsere Tiere. Und diese Zwischenfrüchte, die sind ganz besonders. Und zwar bauen wir die, wie gesagt, zwischen den einzelnen unterschiedlichen Früchten an. Wir haben eine 7- bis 8-jährige Fruchtfolge. Das heißt, 7- bis 8 Jahre dauert es, bis wieder die gleiche Frucht auf dem gleichen Feld angebaut wird. Und alles, was dazwischen wächst, ist nur dafür da, den Boden fruchtbar zu halten. Aber wie kann denn eine Pflanze den Boden fruchtbar halten? Das ist ganz großartig. Und zwar hat sich das die Natur selber ausgedacht. Da müssen wir gar nicht viel zu beitun, außer dass wir natürlich dieses Wissen haben, um zu wissen, welches Frucht trägt welche Nährstoffe wieder in den Boden. Okay, wie geht das? Das erzähle ich dir zum Beispiel an der Wicke. Da ist es so, dass die Wicke Stickstoff, der bei uns in der Luft vorhanden ist, sammelt und in den Boden einbringt durch die Wurzeln. Ah, also wenn die Pflanze fertig gewachsen ist, sag ich mal, dann fügt ihr sie unter und sie wird sozusagen im Boden zersetzt. Und dann bleiben die Nährstoffe im Boden. Genau. Das ist ganz schön clever. Also du weißt irgendwie eine Menge, ne? Ich weiß eine Menge, genau. Und das ist total wichtig auch. Meine Familie weiß noch viel mehr. Zum Beispiel mein Bruder, der hat auch eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht und dann die Fachschule besucht. Er hat sich noch viel mehr damit beschäftigt. Aber genau das Wissen sozusagen, das geben wir weiter. Ah, das wollte ich nämlich gerade fragen. Behaltet ihr das für euch oder erzählt ihr auch davon? Nein, ich erzähle total gerne und auch meine Familie erzählt total gerne davon. Ich glaube, das liegt daran, dass ich damit schon aufgewachsen bin, dass meine Eltern das schon immer auch gemacht haben. Also alle Interessierten, ob von Kleinkindern über Kinder im Kindergarten, in den Grundschulen oder auch weiterführende Schulen oder auch Erwachsene, die hier mit ihren interessierten Fragen auf den Hof kommen, die sind genau richtig. Um selber das Wissen zu erlernen, aber auch einfach durch das Handeln und Tun, das selber zu erleben. Mithelfen? Mithelfen, finde ich, ist da ganz großartig. Genau. Also ich glaube, zum Helfen ist jetzt gerade nichts. Aber weißt du was? Ich glaube, ich gehe auch noch mal ein bisschen auf die Pirsch und suche mir meinen Lieblingsort bei euch auf dem Hof. Da bin ich ganz gespannt, wo du den finden wirst. Aber ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Dankeschön. Erzähle ich dir hinterher. Tammo, ich müsste mal eben aufstehen. Dann viel Spaß dir, liebe Liebe. Bis dann. Bis dann.